Äh, das wollte ich nicht. Das hier ist für Gras. Das hier ist für... Das und das hier ist für... Stoff. Hm, hat das nicht ausgewählt. Wieso ist das jetzt beides für Stoff? Ich möchte, dass das hier... Nur für Pflanzen ist das. Das ist für Stoff. Das hier ist für... So, jetzt hat er es richtig genommen. Das hier ist für... Eisen. Das hier ist für... Boomstone. Die hier sind für... Steine. So. Wobei, die hier sind für... Bricks. Die hier sind für Stein. Wobei, die hier sind auch für Stein. Aber das Stein wird in... Nee. Wird in Bricks umgewandelt, so. Dann bräuchten wir eigentlich... Theoretisch hier... Auch nochmal. Äh. Also, das können wir hier drüben machen. So, sechs Stück. Die dürften reichen... Für... Steine da noch wirklich. Für Bricks. Steine da noch wirklich. Für Bricks. Die zwei haben jetzt nichts mehr zum Hacken. Also, schicken wir sie auch mal... Los. So, das heißt... Äh. Die hier können wir auch langsam... Weg machen. Ihr nehmt nichts mehr an. Ihr nehmt auch nichts mehr an. Wir können sogar die beiden Holzfäller-Dinger jetzt mal wegmachen. Und hier anfangen... Weg zu machen. So, hier kommen... Bricks hin. So... So... Kommt der eigentlich da oben rauf? Gucken wir mal. Eigentlich müsste er ja raufkommen, weil wie haben sie sonst den Turm gebaut? Also ist die Frage doof. Ja, er kommt hier hoch. Sehr schön. Das heißt, unsere Wachtürme sind fertig. Und vollständig funktionsfähig. Sehr schön. Okay. So, du bringst das da hin. Dann können wir auch die Stockpiles mal abbeißen, wenn ich es hinkriege. So, hier wollten wir Eisen. Und hier wollten wir Glas haben. So, die Stockpiles sind alle fertig. Hier drüben sind wir auch ziemlich fertig schon. Die Schmelzöfen sind so gut wie fertig. Okay. Mal gucken, was haben wir denn noch alles dazu bauen? Also, wir haben die Production hier unten hingesetzt. Gut. Wir haben eine Workbench, eine Forge. Laboratory, Altar und Machineshop. Hm. Also, Laboratory und Altar. Hm. Ist die gute Frage, was ich wohin setzen werde. Mal gucken, was für Sachen haben wir denn noch? So. Das ist alles... Ja, Labor... Äh... Werden die Sachen im Laboratorio oder im Altar hergestellt? Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Ich glaube, im Laboratorio werden Bomben hergestellt und Explosivfässer. Bärenfallen und Zahnräder werden in der Schmiede hergestellt. Ich glaube, das nächste, was ich erstmal anfangen werde, ist hier oben eine Waffenkammer und eine Art Kirche. Wo der Altar dann reinkommt. Äh... Da sollten doch bitte Baumstämme hin. Habe ich den einen einzigen nicht verwischt? So. Kei- 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 Dann können die hier schon mal anfangen, Zeug umzuräumen. Gut, das ganze Holz umzuräumen, das wird eine Weile dauern. Hallo, ihr sollt hier oben hin. Na, jetzt ist die große Umräumerei angesagt. Auch die Sache mal hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und hier auch mal acht jeweils herzustellen, dass wir unsere Lage füllen können damit. So, mit euch mal auch da hin. Also hier auf der Seite sieht schon mal alles ganz gut aus. Auf der Seite fängt es auch langsam an, lieber besser auszusehen. So, dann holt euch gleich mal die die nächste Ladung Eisen. Hallo. 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 So. Aber wieder nach da hinten schicken. Oh, ich werde noch ein bisschen Stein brauchen. So. Okay. Okay. So, nächste Lade. So, donk. So, nächste Ladung. So. 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 Da steht der letzte gerade rum. Also der letzte läuft da, ok. Na, cool. Wir sind ja auch fertig. Mittlerweile. Ach, ihr sollt das nicht alle da reinfüllen. Sonst hier rüberbringen. Also ja, das wird noch ein bisschen dauern mit der Rumräumerei hier. So, ich kann noch die erstmal abbeißen lassen. Und dann würde ich sagen, ist es mal wieder an der Zeit, hier einen Cut zu machen. Ich meine, unsere Burg nimmt langsam immer mehr Form an. So. Machen wir hier mal Save Override. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So. So.